Ich dachte jetzt auch drauf oder wie? Ja. Cool. Ah, ich bin doch ein Trottel. Ich komm ruhig wieder. Ich wollt grad wieder vorbeikommen, ist mir eingefallen. Ich kann erst ein bisschen was mitnehmen. Ja, ich bin oben auf den Berg erst beim Dschungel. Da hinten ist noch ne Ö-Quelle. Cool. You'll never get me spider. Bin viel schneller als du, verdammte Spinne. Ne, weil das ist echt so, hier ist so ein Baum. Aus einem Block kannst du Stickys machen. Okay, das ist cool. Und dieser Wooba Boot. Und daraus kannst du 8 Stickys machen. Ja, und daraus kannst du auch Gummi machen, also Rubber. Ja? Ja. Okay. Das brauchen wir unter anderem. Daraus kann man nämlich unter anderem... Also so normal ist da nämlich auch kein Gummi dran. Dann kann man den nämlich abholzen. Ja. Ja. Dafür wäre jetzt eigentlich schön, wenn ich so ne Gold-Axt hätte. Aber wir haben gar nicht so, was ich mit dem kann halt halt. Ja. Das ist so viel Lava. Das ist unglaublich. Immer schön vorsichtig sein. Ja. Geht's hier lang. Ach, ups. Oh, hier war ich noch nicht. Oh, noch mehr von diesem Nicolit. Oh Gott, wie viel. Alles mitnehmen. Ja. Puh. Wie viel ist das, man? So, mir ist egal. Das hättest du gesagt, du hast wie many items machen können. Ach, der Mod ist gar nicht richtig eingestellt worden. Geht nicht. Echt nicht? Bei mir, bei... Weiß nicht, bei mir ist der irgendwie richtig eingestellt, so vor Ort. Wir wissen. Ja, ich weiß auch nicht, warum das gerade so ist. Naja. Du hast bloß von den Rezept-Modus auf den Cheat-Modus gehen müssen. So, wo... Nein, ich meint das ja nicht. Ihr meint mit den... Mit den Timbermood. Ach so, das meinst du. Mhm. Wird. Oh, hallo Spinne. Habe ich den noch oder habe ich den nicht drauf? Okay, Leute, ich geh jetzt rein. Mal gucken, ob ich sterbe. Äh... Oh Gott, nein, 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 nein. Danke, Creeper. Ähm... Mh... Ist es nicht? Ich... Kaul-Taxe. Siehst du mich eigentlich gerade hier irgendwo rumlaufen? Weil ich suche dich gerade... Oh, ich sehe gerade nicht. Ich war gerade kurz auf dem Desktop. Irgend ganz oben auf dem Berg drauf. Normalerweise müsstest du den... Kabbald-Baum sehen. Vergiss meine Render Distance nicht. Ach ja, stimmt ja. Aber das ist auch nicht der Einzige, ich sehe da hinten noch einen. So, dann mal hoch da. Dann heißt das von oben auf Holz und toll. Alter, so viel von diesem... Was weiß ich, wie das heißt. Äh... Nikolai. Ja. Alle davon... Ah, ich habe auch irgendwie von... Es war ein Klein, aber... Das ist normales Holz. Aber ich weiß gar nicht, wie viel davon... Wie viel viel... Aber wenn wir nämlich... Das ist gut, dann können wir Gummi haben. Das war normales Holz, verdammt. Irgendwie backe ich hier voll auf dem Baum rum. Oh man. Hä? Waa! Autsch. Konntag gefallen. Oh, diese Geräusche. Nämlich packt das hier. Kann sein, ja. Das... Ich habe hier einen Enderman gehört. Ja. Und so. Ich würde echt ungern sterben. Ich komme echt nicht ganz dahin. In der Ecke ist nix. Ein Spawner. Ah, ich habe... Ich habe einen Sensus gefunden. Ich habe einen Sensus gefunden. Oui. Ja. Also ich sehe zumindest schon mal deinen Namen. Oder... Jetzt sind wir den weißen Rahmen von deinem Namen. Okay. La Plastolo brauchen wir auch. Ja. Alles abbauen von Cyber. Ja. Alles läuft gut. Ja. Aber ich glaube, den Scheiß brauchen wir echt nicht. Cool. Ich weiß es nicht. Lapis? Mhm. Doch. Nimm mal mit. Das kann man später umtauschen. Okay. Ja, doch. Weil es doch so ein Teil gibt, wo man die einspeisen kann und gegen andere eintauschen kann. Echt? Ja. Ich weiß noch nicht mal wie das Ding heißt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Aber echt, wenn ich ein Stück höher will, dann fängt er an hier raus zu facken. Ja. Hab den Bam gefunden und ich seh deinen Namen da oben. Ja, cool. Ja. Ich hab die Frage. Ich hab's gebauen für mich. Oh. Da sagst du mir die ersten Teile schon auf. Hm. Lass ich grad runterfallen. weil ich da nicht weiter hochkomme, das ist das Problem. Auf dieser Ebene wo ich gerade draufstehe und ein Stück höher komme ich nicht mehr. Weil er hier rumpackt irgendwie. Oh Gott, du machst ein Lavasee. Schön aber wenn man den von unten einmal abholzen könnte. Aber irgendwie spinnt der Schieb mal drum. Warte mal, ich probiere es mal. Also, mit Timbermod. Ist der für alle drauf oder ist der nur für dich drauf? Naja eigentlich für alle. Sollte auch damit der Goldaxe nicht aufgehend. Das ist der Baum. Ne ist wirklich nicht drauf. Oder spinnt drum, sagen wir es mal so. Das war so, klar. Irgendwas klingelt da. Ja krack schon, das wäre bei mir hier. Achso. So im Untergrund auf einmal so ein Handy-Klingelton. Cool, keine Axt mehr. Toll, leider kannst du aus dem Boba-Bomb kein Workbench machen. Na gut, bleibt ja noch ein normales Holz dabei. Ja okay, dieses Uranium ist doch schon etwas seltener, merke ich jetzt. Naja, ist es ja auch. Habe ich noch ein bisschen Glück. Toll, aus Tim kannst du keine Axt machen. Scheiße. Oh, Eisen ist auch mal wieder. Oh Gott, Enderman. Nein. Nicht in die Augen gucken. Nicht in die Augen gucken. Hallo Enderman. Ach, die sind doch friedlich. Ja? Oh, das sind Diamanten. Mega, mega geil. Was, du hast Diamanten schon gefunden? So viel Diamanten, ey. Nein. Schon Diamanten gefunden? Ja, ja. Warte, ich habe hier 6 und da hinten sind nochmal welche. Da hinten sind auch nochmal 4 grad neben sich. Weil das heftig ist, wir brauchen ordentlich Diamanten. Super. Für alles, was man da bauen kann. Ich dachte, ich habe hier Diamanten in die Lava geschließen. Mensch. Nein, glaube ich auch nicht. Er kleckt von Ivo und Skelett und schießt mich in die Lava. Kennt man ja, ne? Ja. Leider. Oh, da sind sogar mehr als 4 Diamanten. Super. Okay. Okay, ich habe jetzt 12 Diamanten. Auf jeden Fall kann ich zumindest eine Spitzhacke daraus machen wegen Obsidian. Dass wir schon mal ein Nether-Portal haben. Jo. Ich habe hier sogar sogar was. Oh, da ist ja sogar das Obsidian-Fertick. Direkt daneben. Aber du weißt, dass es im Nether auch Brotstoffe gibt, ne? Auch? Ja. Cool. Du musst nur aufpassen, wenn du es abbaust. Es dürfen keine Schweine in der Nähe sein. Wieso denn? Die greifen dich dann an. Wieso greifen... Nein. Keine Ahnung. Die Viecher greifen dich dann an. Komisch. Das habe ich bei Rathamon gesehen. Hat er Gold... Nether-Gold-Ori abgebaut. Und was passiert? Die greifen ihn an die Viecher. Ah. Äh, meine alten Saphir-Pickleife kann ich wegschmeißen. Die ist oder so tot. Behalt die doch noch ein bisschen. Ja, ne, die ist tot. Jetzt nur rot gehabt und so ein Pixel dreist nicht mal. So. Ah ja. Mit lange nehmen wir eigentlich schon auf. Keine Art. Äh... Was ist denn der Hotline jetzt? Natürlich nur wieder geschlossen. Wann haben wir dann angefangen? Um... 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 Sag dich, da steht jetzt keine Uhrzeit dran. Doch da. Um... Okay. Was macht der da für ne Scheiße? Ah, 15.50 Uhr haben wir angefangen Oh, wir haben es gleich 5 Okay, geht geil Ich nehme schon fast eine Stunde auf Das ist krank immer Wie die Zeit vergeht, ne? Schon So, das kommt weg Erstmal Obsidian hier abbauen Das ist geil, dass wir so schnell einen Gummibamm gefunden haben, ne? So einen riesigen noch dazu Und das schöne ist, ich kriege auch noch schöne Setzlinge dazu Alter, ich muss nur so schnell wie mir Jetzt habe ich wieder eine Stelle, da kann ich höher springen Okay Keine Ahnung, vielleicht buggt der irgendwo rum Aber jetzt bin ich ganz oben drauf fast Hm Boah, das Ding, da ist ja noch einer Scheiße, ey So Gucken wir mal hier, hier hochbauen Alter, ich habe echt Schiss hier unten, jetzt wo ich das ganze Zeug gefunden habe Ja, das kennt man Oh, oh Enderman steht vor mir Weißt du wie ich das liebe, dass wenn eine Waffe kaputt ist und du noch im Winter hast, dass sie gleich runter springt? Auf den gleichen Platz Auf den gleichen Platz Achso Ja, das kenne ich Das ist geil WTF WTF? Hat der Anime mir mein Iron geklaut oder was? Hat er? Glaub schon So Das ist gut Das ist gut Ja So Jetzt erstmal eine Eisenrüstung, dann fühle ich mich etwas sicherer Da bin ich wieder So, ich mach das Magnet-Ding mal wieder an, weil wenn da Bisschen weiter weg die Hälzer sind, dass ich die auch noch kriege gleich Wie machen wir dieses Magnet-Ding denn dann? Wenn du das Feld oben an hast, dann hast du da oben ein Magnet Oben, links Oben, links Da ist bei mir kein Teil Wenn du nur meine Items auf hast, oder so wie das Ding normal ist Achso Achso Wenn du Inventar öffnest Mhm Ist schon eigentlich nicht schlecht das Teil Schon Schon Was geht das überhaupt? Äh, den Magnet Achso Ja, das Ding ist praktisch, ja Wobei, ne, da bin ich nicht mehr im Receipt-Mode So Okay, Redstone habe ich auch hier wieder ein bisschen viel Lieber zu viel als wenn ich war, ich bin tot Ich hab gleich 3,4,4 Stacks von dem Holz schon Von dem Gummiholt, oder was? Mhm Da hab ich auch gerade noch aufgebaut, aber ich hab grad das andere Ding nicht gefunden Ich weiß auch, was meinst du meinst, du meinst dieses Sticky und Rosin, ob das Ding heißt Ne, das ist ja dieser Gummibaum Ja, ja, da ist es ja dran, aber Aus dem Holz kannst du auch Stickys machen Also gleich nur Stickys Also gleich nur Stickys Also du meinst nur mal Hä? Achso den Wubba-Wood Wenn du den unten nur hin machst, dann kannst du gleich Sticks draus machen Ja, ich weiß Aber, äh, ich hab eher an das Ding, heißt Sticky Resin Und daraus kannst du, äh, Gummi machen Geh, 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 geh Creeper Ich hab das noch, ich hab das noch bis ich da bin Nein, wirklich Zombie Er ist gleich noch vom Spiel laufen Keine Axt machen, ich fahr mal auf gleich Oh gut, die Bäume sind gewachsen Was ist das denn? Ich bin direkt neben unserem Climb-Haus eigentlich Du halt unten Eigentlich? Ja, 0 zu unten Bisschen weiter unten